Bruder Schwester Evadaios, ihr solltet wissen, dass die Zunge eventuell genauso lang ist wie der eigene Körper. Oha, das... und das kann durchs Netz durch? Also ich glaube nicht, dass er sich da befreien kann. Zumindest er vorerst nicht. Aber giftig ist es trotzdem immer noch. Okay. Ein Fesselnprobe ist jetzt für das Ding im Siebener Schwert. Dann muss ich auf jede Kampfrunde eine Entfesselnprobe ablegen. Misslingt die Probe, wird die Schwierigkeit um einen schwieriger. So. Wie sieht es aus, euer Gnaden? Wollt ihr ins Wasser? Immer, aber jetzt werde ich mich erstmal mit dem Sperrwurf betätigen. Haben wir Sperre dabei? Wir hatten Sperr dabei. Hat er nicht selber einen dabei? Meint Kasim so mehr zu sich selbst als zu den anderen? Ja, Evadaios hebt seinen aufgeschließten Evadaios aus dem Boden und wird jetzt da auch erstmal beginnen zu zielen. Ja, es ist ungefähr zwei Meter von dir entfernt. Und es bewegt sich so gut wie nicht. Ja, es bewegt sich aber nicht. Mal ganz kurz meinen Wert nachschauen. Das Problem ist, du musst den Kopf treffen. Also, ein Treffer auf die Hornhaut hilft dir null. Okay, ich muss den Kopf treffen, okay. Versuch einen gezielten Stichern zu sagen. Hat er nicht. Damit ich ja auch näher hin. Also, stimmt. Also, mit zwei Metern könntest du den mit dem Sperr sogar noch kriegen von hier aus. Ja. Du kannst das Netz ja auch wieder anziehen oder dieses Seil. Das ist dann näher. Wie handhaben wir Kopf? Ist das dann einfach eine andere Größenkategorie? Das steht bei den Fertkampfdingern dabei. Das ist ein fester Modifikator, wenn du auf den Kopf zielst. Also, das Ding ist vierbeinig und du müsstest dann Sinnesorgane ansagen. Oder, naja, Schwanz hilft dir nicht weiter. Kopf ist eine plus 16 für den Schützen. Für den Schatz ist es eine 11 und für den Meisterschützen eine 8. Wer denkt sich denn sowas aus? Okay. Das ist ein angesagter Blattschuss. Also, im Prinzip, wenn du ein Auge triffst. Das ist Feierabend. Das ist wie ein Herzschuss mit einem Bogen, oder? Das ist ein gezielter Schuss auf den Kopf. Also, ich meine, Kopf und Sinnesorganen ist doch nochmal was anderes. Also, Sinnesorganen habe ich hier stehen 16 oder mehr. 11 oder mehr, 8 oder mehr. Und ob du jetzt speziell das Auge treffen willst oder den Kopf macht doch eigentlich einen Unterschied. Alles klar. Genau, ich ziele wieder. Das Ding bewegt sich nicht. Ähm, das ist die 6er Erleichterung. Um 16 erschwert ruhigen Kopf. Also, wie steht die jetzt zum Beispiel auf, also auf 4 Beine? Ja gut. Auf 4 Beine. Ja, das ist ja ein 4 Beine. Dann treffe ich auf eine 3, aber ich pushe meinen Wert mit meinem Schippi um 4. Dann treffe ich auf die 7. Okay. Also, ich schwärm es von effektiv 6. Wenn du den Schicksalspunkt vor der Probe ausgibst. Ja. Ja. Effort Eros hat da mehrere Sekunden gestanden, um genau auf den Kopf zu zielen. Wirft sein Effort Barat, der aber auf der anderen Seite in das seichter werdende Wasser des Tümpels eintaucht. Okay, würfel mal bitte in den Fernkampf, Patzer. Äh. Das ist neben dem vitriolianischen Mann. Unser Kampf neben dem vitriolianischen Mann. Kritischer Eigentreffer. Okay, dann ist es nur ein Fehlschuss. Dein Effort Barat senkt sich leicht zu früh ab und er steckt in dem Tümpel weiter fest. Das heißt, er ist da irgendwie wohl mit dem Stein verankert. Und ist festgesteckt neben dem Kopf, der dieses Hanischgürtel ist. Ja, das findest du lustig, was? Aber wir haben noch mehr davon. Haha, haha. Ich trete an ihn heran. Euer Gnaden? Ja, dann hast du Sperre mitgebracht. Leider nicht. Wenn ihr wollt, können wir allerdings ins Wasser. Emi meinte, das Ding hat eine lange Zunge und ich wurde schon zweimal von dieser Zunge gestriffen. Das ist nicht schön. Euer Gnaden, ihr seid verletzt und wir solltet vielleicht nicht in ein verunreinigtes Wasser mit offenen Wunden gehen. Das Wasser ist doch... Achso, ja, es gibt Dinge, die ihr seht das Auge nicht. Kasim, der immer noch mit Wunde auf dem Bein da sitzt, guckt mir einfach da jetzt an. Kann jemand diesen Verrückten aufhalten? Pritidian ist auch mittlerweile fertig mit den Wunden von Kasim. Pritidian ist fertig mit den Wunden von Kasim. Der kann halt ja das tun, was man eben tun kann mit den Mitteln, die einem da gegeben sind. Aber du fühlst dich halt, wie gesagt, wie in einem Kindergarten. Also du hilfst an der einen Stelle, dann musst du an den anderen helfen und während du das tust, ist da schon wieder was ganz anderes passiert. Man kann die nicht einen Minuten alleine lassen. Bruderschwestern, was haltet ihr, wenn wir uns jetzt nicht weiter hier auf die Schönheit der Natur beschränken, sondern ein paar weiter weiter gehen? Vielleicht kommen wir dann heute Abend auch noch irgendwo an. Bruderschwester, ich glaube, er meint dich ja dann. Ich glaube, er meint uns beide. Er nennt jeden so. Scheiße, das Ding lacht uns aus. Es bewegt sich ja gar nicht. Hm. Man müsste einfach von hinten bei ihm auf den Panzer springen. Warum geht nicht einer von uns vor mit einem Schild in der Hand? Und wenn es nach ihm schnappt, schlägt ihm der andere die Zunge ab. Hm. Hat Jalan jetzt eigentlich auch vollständig den Verstand verloren? Beim Charakterbogen stehen Ritter. Ich hatte noch nie Verstand. Mann, wen nennt's ihr verrückt? Du magens. Aber Bruderschwester, das hilft uns doch nicht weiter, wenn ihr euren Wut an diesem Geschöpf Urs auslasst. So wie ich das sehe, braucht seine Gnanen-Effa Darius immer noch seinen Spieß zurück. Das ist doch nur ein Spieß. Kann er halt meine haben. Nur ein Spieß? Das ist ja nicht mal mein Effa-Bart. Nein, den braucht er. Ich mach dir halt noch eine Gabel dran. Keine Ahnung. Hier ein das dran und da ein das dran. Und dann hab ich auch drei Zack. Na, Mann, du hast keine Ahnung, was du da redest. Das ist meine Standeswaffe. Ja, und wenn ich die Wahl hätte zwischen meinem Magierstab und meinem Leben, würde ich mein Leben wählen. Und deswegen hat er kein Gewalt an den Göttern. So. Also ich bin dankbar für jede Hilfe. Und deswegen hat er mir angeboten stehen zu schreiben. Also, angenommen, wir wollen das Vieh einfach hier lassen und nur noch einen Spieß holen. Was haltet ihr davon, wenn wir mit einem Schild vorgehen, ihn greifen und uns nun zurückziehen? Ja, okay, dann holen wir uns erstmal den Effa-Bart und dann versuche ich das Ding nochmal abzuwerfen. Bruder, Schwester, das erinnert mich an die Honinger-Geschichte, die ich damals in, wo war es? Ich hab sie zumindest von Marabes gehört. Vom Hanes-Tager. Und dann steht die Ruhe in Grob-Priesen, dann steht er und hält jetzt einen von diesen Honinger-Dialogen. Von schier nicht unglaublich im Alter, ist das Knöcherne gekröht. Sah ich einen, in dessen Schild ein Kekker-Gag, seinen Namen geritzt. Alderig im Jahre Uggdalf III. Ein kluges Tier sei es, behauptet der Maraskaner. Fragt man, warum es so heißt. Ja, sie doziert da halt weiter und freut sich, dass jetzt dieser schöne Hanes-Tager hier uns mit der Anwesenheit behehrt. Jedenfalls muss ich den zweiten W.O. recht geben, wir haben noch einiges an Strecke vor uns und müssen bald aufbrechen. Vielleicht sollten wir das Tier Tier sein lassen. Ihr jagt euch schließlich auch keinen Hasen, wenn euch der Eber entwischt. Wir könnten doch euren Hund als Lockmittel benutzen. Was? Wer sagt das? Äh, Dünar. Dünar, Mann, deine Ideen sind heute richtig scheiße. Naja, dann sieht's ein anderes Tier und dann wird's vielleicht aggressiv und hat Hunger. Ich mag, wie du denkst. Magnus ist auch ziemlich mutig. Magnus! Uria, mein Schild. Oh, das wird übel enden. Während die da rummachen, wendet sich Brindigi ja mal wieder Kazim zu und legt dann seine Hände auf die Wunde und fängt wieder an, etwas zu murmeln. War, glaube ich, plus drei, hat Jody vorher gesagt, oder? Ja, ich lass mir noch Zeit, wenn es das wieder nennen ist. Nee, du bekommst, du bekommst sozusagen, genau, du bekommst plus drei, wenn du sagst, dass du Wundheilung mitmachen willst, also die Wunde richtig zu heilen. Ja, genau, also die will ich heilen. Also ich wende jetzt sieben ASP auch noch auf. Und momentan, Balsam seiner Bunde, heile Wunde, lass mir Zeit dabei und... Dann hab ich dann sozusagen zehn Minuten Zeit, bis der Balsam durch ist. Währenddessen hört ihr sowas wie, ey Sinde, lass Hirn regnen. Ach Kazim, lass die Leute doch machen, wenn sie glücklich macht... Ich hab auf dieses Scheiß jetzt hier keinen Bock mehr. Vibor tritt heran und zieht seine Balestrina, schießt auf den Kopf von dem Hanischgürtelträger und dann seht ihr, wie der Kopf leicht unter Wasser geht, bewegt sich nicht und irgendetwas gelbes tritt aus. Können wir jetzt verdammt nochmal weitergehen? Oder so. Ihr solltet euch diesen Dreck zeigen lassen von ihm. Die nächste Kugel ist für euch, Efferdaios. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr. So, dann hol ich mir jetzt mal meinen Efferdbart und... Das ist aber jetzt eine Sau. Du hast hier ganz schön eine Sauerei angerichtet, Viborne. Hast top gemacht. Trittst du das Wasser rein? Muss er ja wohl, um den Efferdbart zu holen, oder? Aber Emira Misabu sagte doch gerade, es sei nicht gesund, ins Wasser zu treten und darin wohnen. Ja, würfel mal auf, Klugheit, Efferdaios. Wie viele Punkte hat er denn eigentlich verloren gehabt? Sechs. Sechs! Die Hälfte. Ja, das ist schon ziemlich lange her, dass Emira Misabu das schon gesagt hat. Und du willst halt dein Efferdbart wieder haben. Das Ding ist tot, kann dir nichts mehr tun. Überlegst noch gerade, als du den Efferdbart aus diesem Stein ziehst... Da war doch was? Ach ja, das Netz, das möchte ich auch noch haben. Ja, na klar. Und vielleicht könnte man diesen Hanussträger noch nach oben ziehen. Versuchst es kurz zu bewegen. Oh Gott, ist das schwer. Gerade jetzt um Wasser geht es noch. Treibt auf der Oberfläche. Aber das Ding ist echt 140 Steinschwer. Also das könnte sicherlich ein guter Panzer werden, ein gutes Schild. Aber da müsste man natürlich andere Ausrüstung für opfern. Wenn man das jetzt ausschlachten will, hier an Ort und Stelle, das würde funktionieren. Boah, Jan, ich habe eine super Idee. Wir lassen das Ding hier und die Maden werden das auffressen. Und wenn ich zurückkomme, brauche ich einfach meinen neuen Schild nur aufheben und... Perfekt. Bei dem Wetter war das eine gute Idee zu sein. Finde ich auch. Ich bin, Jan, du musst leider eine heilkunde Krankheit würfeln, damit du Efadaios anströmende Krankheit verhindern könntest. Oh je, oh je. Ja. Kindergarten hier. Während du drehst in Richtung Efadaios, hörst du tatsächlich ein aufrichtiges Danke hinter dir. Und Kasim richtet sich auf. Guckt sich das Bein an. So gut wie neu. Ihr müsst mir zeigen, wie das geht. Ja, heilkunde Krankheiten habe ich nicht. Hm, mir leid. Schlicht. Hat irgendwer jemand anderes, so heilkunde Krankheit von euch. Ich guck mal, es kann sein, dass ich es irgendwie auf 0 oder 1 habe. Das ist jetzt nur HKW. Ich hab's auch nicht. Ich hab's auch nicht. Ja, mit der Klugheit von 6 und dem Karas von 8 legen. Wow, ey, Klugheit von 6 und Karas von 8, ey. Es ist so gut. Alles da. Ja, Efadaios spuckt einmal auf seinen Fuß, auf die Wunden. Und das wird schon heilen. Spucke von Efad Priestern. Das muss heilen. Ihr schnappt euer Gerödel. Was macht Kasim mit seinem Schuh? Nachdem der ausgespült ist, nimmt er nochmal das Ende vom Stab und guckt, geht er nochmal so rein und so, dass er alles rausgeholt ist, was auch irgendwie drin ist. Ja, wenn du es ausspülst und dann mit viel Wasser und dann auch nochmal mit dem Stab reinprokelt, kannst du tatsächlich sehen, der Tipp von Rebligian, weil Gold wert, wenn du da dir vorgestellt hättest, die Spinne hätte dir in deinen Fuß gebissen, gut, dann wäre dein Daumen oder dein großer Onkel oder sowas ab und dann, nachdem die Spinne weg wäre, hättest du den Fuß da wieder reingetan, dann hätten die Spinne gleich wieder was zu fressen, wenn die Eier aufplatzen. Ja gut, jetzt sind die Eier raus. Ich gucke da nochmal rein und halte das auch so, wenn es irgendwelches Licht hier runter dringt, halte ich erst das Licht, um so auch wirklich tausendprozentig sicher zu sein, bevor ich da wieder reinstecke. Werd man nicht hier irgendwie paranoid? Die nächsten drei Stunden könnt ihr euch mit einem richtig schön flatschenden Geräusch und jedes Mal, wenn das Linkbein von Kasim auf den Fuß, also auf die Oberfläche eintritt, flatsch, flatsch, der Fuß ist natürlich unglaublich nass, das gleiche ist bei Alpha Dias natürlich auch der Fall und ihr müsst wieder kriechen durch das Dickicht, eine weitere Fingerfertigkeitsprobe, ihr kennt das Ganze und auch weitere SP, die es gibt oder TP, die es geben würde, weitere Kleidung, die zerreißt, Rucksäcke, die beschädigt werden, Ausrüstungsgegenstände, Müller kann euch berichten, dass weitere Bogenseen wohl einfach weggefoult sind, haben sich eingezogen, ja, ist eigentlich so schön scharf, wie eben so ein Haar, aber naja, die sind einfach irgendwie zusammengeknütscht. Das Wasser, was ihr in euren Lederbeuteln habt, wird sich den ganzen Tag über noch beschissener anfühlen, wenn ihr es irgendwie in eurem Mund habt, damit versucht irgendwie einmal zu spülen, euren eigenen Mund, es schmeckt einfach nur widerlich und von der Schönheit der Natur, von den roten Dingen, von den Blüten, die in den verschiedensten Farben leuchten, der, ja, der Geruch, der hier in der Luft liegt, teilweise riecht es nach frischem Harz, teilweise riecht es, ja, nach irgendwelchen anderen Blüten, nach Staub und es wird nicht, äh, aufgebessert. Zudem seid ihr immer noch irgendwie am Überlegen, ähm, naja gut, jetzt werdet ihr gerade geführt von Emil Rambisabu, aber wenn sie euch sagt, dass ihr dann den Rückweg alleine finden musstet, ihr seid immer noch in diesem komischen Gebiet, ähm, wo ihr, naja, den Sumpfraba mit dem Sumpfland im Wald, mit den großen Wurzeln, nicht unterscheiden könnt, mit den großen Wurzeln, die im sumpfigen Waldland stehen oder den Waldböden unter großen Wurzeln mit manchen Sumpflöchern, äh, das wird schon richtig schön, der Rückweg, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ähm, ihr macht, wie gesagt, nach drei Stunden eine weitere Pause, die, die ihr immer braucht, eure Füße sind aufgeschwemmt, diesmal nicht unbedingt blutig, sondern einfach nur dick, und, ja, okay, es ist, kommt eine Auswirkung? Genau, ähm, wer die Probe nicht schafft, bekommt wieder ein T, äh, ein W6 TP, Rüstung dürft ihr abziehen. Welche Probe? Die Fingerfertigkeitspröbe wegen dem Dickicht aus, äh, der Zoo Botanica. Ach, komm schon, echt jetzt? Ja, Alan, du musst noch mal sehen, wenn ich jetzt rum bin. Ich bin dran. Ha, 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 ha. Wenn mir das so gesehen vorst, ich hab Glück eingesetzt, so, und deswegen, wenn ich jetzt so einen Tag geschafft bin. Ja, genau, Glück hast du ja eh jeden Tag neu. Hat man meinen, äh, meinen W6 da gesehen? Den von Predigian hab ich gesehen. Ich hab auch nur den von Predigian gesehen. Das Problem, was ihr habt, äh, okay, dem einen sind seine Schuhe nass, und, äh, wieder andere die ganze Kleidung, weil er die Schuhe vielleicht ausgezogen hat, aber trotzdem mit Kleidung reingesprungen ist, ähm, ihr seid so oder so triefnass. Äh, bei Rondrigo hat das natürlich geklappt mit dem Aufhängen. Alle anderen beschweren sich auch tagsüber, äh, über das Leder, über die Seide, egal was sie tragen. Alles stinkt, und zwar echt, echt widerlich, und, äh, wenn ihr dann am, äh, ja, am nächsten Abend den nächsten Baum erreicht, und euch da wieder nach oben, äh, hereinziehen könnt, äh, wird euch auffallen, dass, wenn ihr die Rüstung ablegt, sowas wie Leder, äh, das pappt schon richtig schön am Oberkörper fest, und, äh, einiges ist auch ziemlich brüchig geworden. Also, der Rüstung schutz... Kletternprobe zum Hochkomm oder nicht? Bitte? Kletternprobe zum Hochkomm oder nicht? Äh, ne, diesmal nicht. Das sollte wohl gedingen. Ähm, nach und nach kommt ihr allesamt hoch, und schlaft dann auf der nächsten Baumgabel ein, zumindest versucht ihr es. Nach dem Regen habt ihr wieder richtig schön schlechte Laune, äh, ihr könnt euch wieder Bambus mit nach oben nehmen, also um was zu trinken, um das, äh, was man dann ausgeschwitzt hat, wieder aufzufüllen. Die Kopfschmerzen werden nicht besser, gerade wenn jetzt wieder die nervigen Affen anfangen, die Vögel, es ist einfach ein Graus. Ähm, mittlerweile wisst ihr, wie man sich eine kuschelige Baumgabel sucht, aber es ist trotzdem immer noch laut. Hm, kann ich mir irgendwie zwei Streifen aus meiner Kleidung reißen und mir in die Ohren stecken? Wollte ich auch gerade fragen, irgendwas. Könnt ihr gerne machen. Dann tue ich dies. Jetzt habe ich einen halben Ärmel weniger. Okay. Ja, aus der in Maraskan geliehenen oder bekommenden Kleidung wird einfach ein kleines Stückchen rausgerissen zweimal und dann in die Ohren zum Schlafen. Und Rüge macht das nicht. Er versucht einfach so sich daran zu gewöhnen. Schauen wir mal nach, wer sind mittlerweile hier. Habt also schon einen guten Teil zu den Bergen geschafft. Die könnt ihr noch nicht sehen, wie sie da auftragen. Äh, gut, wenn ihr jetzt oben auf dem Baum seid, könnt ihr sie natürlich sehen, wie dann es immer hügeliger wird. Weiter im, im Westen, weiter im Westen aus wird es hügeliger und hügeliger. Aber auch die Bergkämme sind weiterhin bewaldet, bis sie dann irgendwann im Nebel verschwinden, beziehungsweise in den Wolken verschwinden. Aber, ja, das ist ja so das, was in den nächsten paar Tagen noch auf euch wartet. Ein bisschen habt ihr noch durch den Urwald. Ein bisschen noch. Ja, ob ihr Wachen aufstellt oder nicht, irgendwann könnt ihr wach werden. Es ist wieder dunkel. Ihr werdet wach durch Geschrei. Irgendjemand kommt unter euch durch den Waldboden. Auf dem Waldboden. Und das, was ihr, ja, zu eurer Beunruhigung feststellen könnt, ist, dass die Tiere des Waldes mittlerweile ruhig sind. Und nur das Geschrei der Leute unter euch euch aus dem Schlaf fängt. Aus dem Schlaf reißt. Und Rego richtet sich auf, setzt sich hin und reibt sich erstmal durch die Augen. Schaut mit gekniffenen Augen nach unten. Nur um dann festzustellen, dass gekniffene Augen ihm gar nichts bringen. Und, ja, lauscht und ist aber still dabei. Sagt nichts. Hört ihr das? Wer plärrt denn da? Dann auf der Tag. Hört ihr das? Wer plärrt denn da? Ja, mal runterschauen. Da Rondri nicht zu dir hinschaut, kann er denen nicht antworten. Ja, stopp sich hin an. Selbe Frage. Wen fragst du? Rondri, go. Rondri. Kasim schaut einfach mal angestrengt nach unten, ob er irgendwas erkennen kann. Noch nicht. Sie kommen wohl aus Richtung Westen und laufen... Hm. Grobe Richtung kannst du vielleicht abschätzen. Laufen wohl irgendwann an euch vorbei. Zumindest kommen sie auf euch zu. Die Klugheit von FH3 ist wieder auf normalem Niveau. Das war ziemlich anstrengend mit dir als Glotz am Bein, dich hinterherzuschleifen. Aber du hast dich dann nach und nach wieder erholt von dem Gift, dieses Hanisch-Gürtel trägt. Lauf... Lauf... Ja, man schaut mal Richtung Brandigi an und... Ja, ob der, was der so macht... Einfach zur Straße! Das, was da schreit, hat das diesen klassischen einheimischen maraskanischen Akzent oder irgendeinen anderen... Typisch mittelreichisch. Mittelreicher. Flüstert Kasim oben. Ja, rundherüber tritt mal wieder Brandigian ins Kreuz. Ja, Brandigian... Ja, wenn der erstmal nicht reagiert, dann tritt er mit dabei ins Kreuz. Mal schauen, wie wir das lernen. Für ein wenig Ausdauerpunkt, der tritt ihm richtig ins Kreuz. Schön, jetzt weckt das PvP an. Ja, das ist zwei Ausdauerschaden. Ja, ja, das ist klar. Brandigian zuckt auch nur mit den Schultern und flüstert dann... Ha, Fajas. Sollten wir... Mit einem bösen Lächeln, sagt er. Einfach zur Straße! Wo rennen die denn weg? Geron, hast du deinen Bogen gespannt? Wäre doch zu doof, wenn die was in ihre Beine bekommen. Der kann dir auch Vertakt zu verstehen geben. Nein, kein Bogen. Lasst ihn liegen! Lasst ihn fressen! Ich schaue mich mal hier um. Nur mal hypothetisch, wenn man sich eine Lianen greifen und sich herunterschwingen wollte, wäre das Körperbeherrschung oder Klettern. Wenn du schnell... Warum kann ich kein Imperavi? Lasst sie einfach liegen! Kann man da irgendwas erkennen da unten? Sie sind noch ein bisschen entfernt. Haben die Licht dabei. Du versuchst da unten in die Dunkelheit zu stieren. Ja, oder schluss sie dann nach oben. Irgendwas kurz nach Mitternacht. Eine Stunde, zwei Stunden, irgendwie sowas. Nur Hafayas sind so dumm und halten sich nachts auf dem Boden auf. In ihrer Arroganz, dass sie den maraskanischen Dschungel wohl verhindern können. Oder Schwester Brynjijian. Sag mal, was wäre denn das Schlimmste, dem man hier in der Nacht begegnen könnte? Ich ruf. Ich glaube, vor den Ungeschaffenen fürchten, die sich nicht. Aber... Ich kann nur wünschen, dass vielleicht ein Papada hier durch die Gegend streifen. Oder Marasten, noch besser. War das nicht diese Katzen? Nee, Marasten sind die Spinnen. Helft mir! Nee, die Papading da. Helft mir, Brüder! Lasst ihn liegen! Lauft! Was sind diese... Ja, im Dschungel, ihr habt das ja den ganzen Tag über erfahren, beziehungsweise die Tage über erfahren, kann man sich nicht schnell bewegen, aber sie sind mittlerweile irgendwo, vielleicht noch 100 Meter von euch entfernt. Wenn wir sie überfallen wollen, dann jetzt. Ansonsten lassen wir sie weiter rennen. Wir lassen sie einfach sterben. Und sie werden sterben, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn sie nachts hier unten rumrennen. Ich glaube, sie haben schon ein Problem und werden von irgendetwas angegriffen. Sollten wir uns vielleicht Sorgen über das machen, was sie da angreift? Vielleicht meint es ja, es müsste in den Baum hochklettern. Unten ist die leichtere Beute. Unten sind vor allem wir leichtere Beute, deshalb bleiben wir hier oben. Das ist es, wie Sie sehen. Ihre Helme glitzern auf. Sie sind auch von Schweiß gebadet, getränkt. Ihr könnt sehen, wie sie marzianische Rüstung haben. Ihren Schild haben sie bereits weggeworfen, aber das Wappen könnt ihr trotzdem noch sehen auf ihrem Wappenrock. Zerrissen, wie sie sind. Rote Legion. Die rote Legion, die hier eingesetzt wird und die auch teilweise in Bohrern stationiert war. Dschungelkrieger. Mit ihren Helmen auf dem Kopf. Speer haben sie teilweise noch beiseite. Geworfen oder tragen sie. Andere haben noch Kurzschwerter an ihrer Seite. Allesamt rennen sie und hetzen sie durch den Dschungel. Sie haben überhaupt kein Auge für euch oben auf den Bäumen, sondern ihr könnt noch sehen, wie einer weiter strauchelt. Zur Zeit sind es noch acht. Bleibt einfach liegen. Beziehungsweise ihr könnt noch sehen, wie einer, der an ihm vorbeiläuft, ihm noch von hinten ein Speer ins Bein stößt, damit er weiter liegen bleibt. Und die anderen sieben rennen weiter. Was kommt denn da hinter denen her? Ich bin gespannt, was da rauskommt aus dem Gebüsch. Du Schwein! Wird noch hinterher gerufen. Die anderen hetzen weiter und nach ungefähr, ja, dauert wohl eine Minute, wie sie euch da an diesem großen Baum vorbeiziehen, an dem Gebüsch. Könnt ihr sehen, wie er weiter kriecht. Versucht jetzt irgendwie die Spur zu wechseln, die Richtung. Dann könnt ihr irgendwas sehen. Irgendwas krabbelt auf dem Boden herum. Winzig klein. Der Boden bewegt sich. Ameisen? Nee. Ameisen sind größer auf Maraskar. Das ist... Ich zieh mich klein. Ihr könnt es nicht sehen. Es bewegt sich einfach der Boden. Und dann der letzte endgültige Schrei dieses Legionärs, ohrentäubend, den Dschungel zerreißen. Und das, was das Ganze so sehr seltsam macht, ist, dass, wie gesagt, der ganze Dschungel, der Maraskarische Dschungel still ist. Kein Affe, kein Vogel. Nichts. Nur noch das letzte Schreien des roten Legionärs, der dann irgendwann verklingt. Und sich nur noch die Rüstung bewegt, die er trägt. Prenditschern. Im Moment hält Rodrigo die Hand auf Kasims Mund und die andere Hand balzt zur Faust und droht Kasim. Sie ist ziemlich weit ausgeholt und steht ganz kurz davor, Kasims Gesicht zu schlagen. Okay, der ist ruhig. Weiß ich, was da gerade abgeht? Du hast eine grobe Vermutung. Maraskar-Feder.